Hi, ich bin Willi und der Gründer von TLESS. Unsere Firma befindet sich im schönen Schwarzwald, wo auch die Entwicklung der Produkte stattfindet. Zum Kochen kam ich, als ich schon als kleiner Junge meiner Mutter in der Küche geholfen habe. Und auch heute lege ich sehr viel Wert auf gutes Essen und gemeinsames Kochen. Der Anreiz, einen eigenen Bräter zu entwickeln, kam, als ich mich damals über das handelsübliche Kochgeschirr geärgert habe. Damals dachte ich mir, es muss doch einen Weg geben, bessere Qualität zu einem besseren Preis zu bekommen. Das Problem war, dass das handelsübliche Kochgeschirr oftmals zu schwer und unhandlich war. Oder dass das Essen an der Beschichtung nach mehrmaliger Benutzung haften geblieben ist, was oftmals an einer überhitzten Beschichtung liegt. Zudem hat sich die Lebensdauer verkürzt, weil die Beschichtung sich gelöst hat. Und genau dieses Problem wollte ich lösen. Und das war dann auch die Geburtsstunde von TLESS. Zusammen mit Experten aus der Kochbranche und der Metallindustrie hat die Entwicklung etwas über ein Jahr gedauert. Durch die Iron Protection Technologie bleibt der Bräter schön leicht und handlich, bei höchster Widerstandsfähigkeit. Und die innere Lotus Patina, die hat eine extrem hohe Lebensdauer. Auch bei intensiver Benutzung und hohen Temperaturen bleibt nichts haften. Und als Nebeneffekt hat man natürlich dann eine sehr leichte Reinigung. Das Multitalent deckt in der Küche fast alle Bereiche ab. Braten, schmoren, grillen und gebackenes Brot schmeckt aus dem Bräter besonders gut. Und das alles aus einem Topf. Zum Namen TLESS kam ich während der Entwicklung. Mir war damals wichtig, dass das Design ebenso zeitlos ist wie der Geschmack aus Omas Küche, den wir für immer alle lieben werden. Und da kam ich zu dem Spruch TASTE IS TIMELESS, was dann abgekürzt LESS heißt. Wenn Sie auf der Suche nach einem Bräter mit einer einfachen Handhabung sind, bei dem das Essen nach mehrmaliger Benutzung nicht haften bleiben soll, dann probieren Sie unseren Bräter aus und lassen sich überzeugen. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020